Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Boss Simulator. Zwei den 2018er, aber es ist ein Boss Simulator und wir machen heute mal diese Strecke hier. Die geht von mir hier lang. Hier, 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 hier. Geht 12 Minuten Streckezeit. Wir fahren mit MIN. Und ich kappe die Musik an. Und mal gucken. Ich fahre das Ganze natürlich wieder mit einem Lenkrad. Und, äh, umgekehrt zu schlagen. Weiß ich nicht. Ah, okay. Ich wusste nicht mehr. Ich habe das sehr lange nicht mehr gespielt. Und, äh, deswegen. Studenten. Mein Video. Habe ich ein Video rausgegeben. Schön. Na. Danke. Ich habe mich schon wieder darauf gelegt. So. Keiner ist halt drin. Wir sind eine recht kurze Folge. 10 Minuten, also 12 Minuten die Strecke. Aber ich bin ja nicht immer schneller. Das heißt so ungefähr... ...10 Minuten. Denke ich mal. Ich glaube, dass wir am Blitzern sind. Und, äh, wir stehen immer noch kurz vor den 100 Abonnenten. Und, äh, wir stehen immer noch kurz vor den 100 Abonnenten. Und, äh, wir stehen immer noch vor den 100 Abonnenten. Und, äh, wir stehen immer noch vor den 100 Abonnenten. Bitte. Ist das so doll. Willst du mich wirklich zu viel gegeben? Wirst du mich verarschen? Ich... Ich,... Oh, wir sind aber gerade nicht. Nächster Halt, Stockerplatz. Oh, das hat sie gemeint. So. Hier rechts. Ich bin das auch so einer der besten Simulator- Albus-Simulator von Minecraft. Oh, ja, ja. Nein, ich muss nicht. Cool. Oh. Hallo, und? Ja, wiedersehen. Oh, fuck. Oh, fuck. Danke. Was? Ach so, hier. Klar, Augenblick. Äh. Woche Student 2. Danke. Äh, Woche Senior 1. Oh, ich muss noch mal hier. Ich bin da. Oh. Oh, innen. Oh. 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 manchmal fühl ich mich als wär ich in einem Spiel. Nächster Halt. Ich schweige. Oh. Schlesung. Nein. Ich brauche eine Fahrkarte. Ähm. Oh ne, ich fehlt. Danke. Oh, da hat das mal funkt. Schnell. Sehr geil. Mit 300 ISO. Und nur... Nächster Halt. Wendenspeicher. Tschüss. 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 Oh. Ja, das ist mir egal. Weil wenn man ein Fußgänger überfährt... Ey, das... Gibt richtig kosten. Minus 20.000. Ja, das ist mir egal. Komm hier ist jetzt... ... 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 Ja, dann... Ja, aber ich komme mir nicht fort. Dann schön. Ja, dann schauen wir mal. Helder, was hier für ein Stau ist. Genau, jetzt fahren wir nämlich nochmal hin zurück. Ist das schön? Schöne Entspannung. Schöne Entspannung. Schöne Entspannung. Schöne Entspannung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.